wird weggeklickt das ist gut der Husch-Husaschen ja das ist cool wie viele Videos hättest du dir noch um äh also um hochladen zu können sag ich mal wie viele Videos hättest du noch ähm ich bin ja zwei Wochen in Vechta ja also Stoppelnmarkt und Gamescom und da habe ich jetzt noch 50 Folgen übrig von LOL hier auf Vorrat dann von den anderen Spielen in den anderen Spielen habe ich noch so Crab Zeugs ach paar Grusel Spiele habe ich für dich willst du ein paar Grusel Spiele sehen was wie äh Slenderman oder was mhm ja so in ja im Vierer Coop haben wir das gespielt so mit einem Wehrwolf statt dem Slenderman Vierer Coop kann man spielen mit Vier Leuten ja und wieviel Videos hast du insgesamt so im Repertoire puh mehrere hundert was die du alle noch hoch online äh Dead Island zum Beispiel sind 35 schon mal hochgeladen äh ja noch auf Vorrat dann habe ich noch ich kann ja mal gucken hier äh Left 4 Dead habe ich 10 Folgen von Left 4 Dead Professor Layton habe ich noch 10 Folgen von Secret of Mana mit Bug habe ich noch 50 Folgen von Warcraft 3 habe ich 19 Folgen dann habe ich noch auch die Kampagnen ich will nicht so er will ich die ganzen kleinen Sachen zockst nicht mal alle aufnehmen ich bin nur noch die großen Sachen auch immer so etwas wie zum Beispiel dieses Leitens soll dass das guckt keiner ähnlich nicht also sehr wenig auf jeden Fall würde ich sagen das ist egal es muss man selber rausschmeißen einfach rausschmeißen einfach rausschmeißen wie sie nicht das sind noch mal was haben schon so viel jetzt bleiben also es habe ich mit Buck gespielt da hängen homoerotische Erinnerungen dran ja gut aber die sollen dann bei dir bleiben wenn ich bei ihnen zuschauen weil echt das es gibt so 1000 Millionen Let's Plays davon egal ja aber auf jeden Fall Professor Layton habe ich mit Mii gezockt Dead Island habe ich hier mit David Schulan und Mike gespielt Dead Island kannst du rauschen das ist doch witzig und vielleicht Left 4 Dead auch noch in die Slenderman Zoll ist auch ganz cool so Multiplayer das hatten wir auch nicht wieder ja es ist alles Multiplayer was ich noch auf Lager habe ich spiele gar keine Einzelspieler Sachen mehr ich kann das gerne mal starten ey es ist schon gestartet bei mir laber nicht nein hö 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 verfahren hey bei mir ist das Spiel gecrasht ah jetzt ey ohne Scheiß Träne oder Linkerich dann nehmen wir mal Linkerich ja bei mir ist gecrasht lagst du an mir dass es so lange dauerte ich bin jetzt raus ich hab auch gar keine ich 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 gehe Eis essen wir brauchen reißen aber die haben vier hd-carries ey und CAD Resets zurück in den Ladebildschirm zurück in den Ladebildschirm wie viele Prozent Welserlichen verpasst kein Scams erst gestartet als ein Haus ausgaben ist ich habe nur ein Ding in der 60 und Spiel bei David bei der Röhrung Spar hihihi das soll jetzt sein zuvor mit damit soll das es ist nicht und schlagt in der ramm-ramm-ramm-ramm-ramm-samtorten Bokker wird auch normales Schülken Kronen David ist in letzter Zeit voll schlecht richtig schlecht und richtig Toxin in der Welt ich hab sich durch Spaß Was ist schlimmer als ich? Bad Boy Michael Bad Boy Michael Ich habe übrigens keinen Bock den Heel zu skillen, ne? Ich spiele voller P.L.S.A. Jetzt gibt es auch einen Sack Du heißt heißt Alistar, bitte Henning All in, weiter 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 All in a Trap, Alter Michael Los! Siehst du? Bei den AD Carries muss man einfach nur rein Oh mein Gott Ich blieb Herr Mahlner mir für die Kacke, Alter Ich sehe die Lop-Level 6, das ist vorbei Ich habe Clarity, ne? Übrigens Was? Ich habe Clarity Wieso? Weil wir... oh Gott Mache mal Clarity ja mach mal leuchte uns wir sind erst gestorben ja der random wer sonst ey ja all in all in all in all in all in die a-ring ist voll schlecht aber was wollen die Minis hier man oh wow oh nice doch junges da haben wir ich hab wieder internet ey krass war shit tatsache oh ich hatte schon mal bessere ideen ja der Javan oh jetzt jetzt guck flash raus da hättest du mal clarity mitgenommen okay ich jetzt für den arsch man mhm oh ich bin tot ich bin so langsam da ich geh full tank ne ich nicht brauchst du die a-ringes nein ich auch nicht den scheiß drauf ich kann ja ari kaufen guck mal hier ey du ich bin so arsch das sind 4 AD Carries wir können es gar nicht verlieren guck wir können es gar nicht verlieren ja ich habe von den hier sag mal okay sie lieben sich trotzdem live leech life leech live leech live leech ja live leech ruhen vielleicht er hat auch schon mal bessere Ideen oh Oh! Oh mein Gott! Ey, wir verlieren das! Wollen wir uns alle hier hinstellen und sie auslachen? Oh mein Gott! Sehr toxisch, das ist irgendwie das ist total doll I tanked this shit Oh mein Gott! Oh oh! Ach, die sind aber... Ich hab grad die Ult voll verkackt, aber... Nö! Das deutsche ich nicht! Rettet euch doch! Ups! Irgendwo First Item... Lichbane Wer braucht schon Boots? Neusen! Neusig, Mann! Wir können das nicht verlieren! Oh, die Falle hätte ich getötet, ey! Oh Mann, Alter, diese Kacke, Mann! Ich hasse euch! Ihr holt hier Boots, dann kriegst du auch die Runen! Oh Mann, ey! Das ist so leckerig, Mann! Fressen oder gefressen werden? So läuft das sonst auf der Straße! So läuft das sonst auf der Straße! Oh, lol! Ah, Perl ist er hier! Die Post aber! Oh, ich bin tot! Oh, ich hab's überlebt! Oh, dieser Heal, ey! Jaaa... Das beste Mal, ey! Mit... Mit der alten... Mit der alten... Oh... Hehehehe! 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 Ja, so macht es so viel mehr Spaß! Wenn man auch um die Heals kämpfen muss! Haha! Ich bin um die Heal-Stampfen... JOOOO! Ich geh' jetzt all-in! Oh Mann! Ach so, das ist unsere Lux! Hehehehe! Oh Gott, was mach' ich hier? Ups... Ja, Alter, ich brauch' gleich erstmal Boots, ey! Das ist so kacke man Oh ey, ich wäre nicht auf was noch rangekommen Scheiße ey Oh fick dich Dieser Jawa, das ist so kacke Besser Mann, Junge Nee, nee Hä? Das war vollst verzögert bei mir irgendwie Jetzt habe ich immer noch nicht genug Gold für Boots Mach mal einen Tower, da man Oh, Leute Geh rein, Tarn, los Okay, okay Sehr gut, sehr gut Oh Keep going Yo Ja los Mach doch was draus Good Job Keine Panik Good Job Kein Drackel Alistar kommt nun Good Job ey Jetzt, all in, all in Oh Gott Warte, Moment Geh rein, jetzt Ja, warte, Entspannung Ist der Jawa noch verreckt, Mann Warte, warte, bis ich da bin, warte Danger Danger Oh, lol Danger Los, Tan, los, ran, Flash Ich habe Flash schon beim letzten Mal benutzt Verdammt Verdammt, warum das denn Oh shit Oh, zu fungieren, all in's Was sagt, dass ich nicht spiele? Ja, komm Halt mich zurück, oder was? Mann oder Kuh, komm, Mann oder Kuh Los Heels Mein Mann oder eine Maus Ja, los Ja, der war's richtig Autsch Ah, ich bin in eine Trap gelaufen Heel, heel, heel Heel Cooler, hat Cooler Außerdem habe ich die nicht geskillt Der bringt fast gar nichts Was geht denn jetzt wieder ab? Nice, sehr gut Er hat sich selbst in den Turm getrappt Ich bin schon wieder in den Trap gelaufen Egal, ich mach die alle weg Und wieso hielen die sich denn die ganzen Mann, diese Wichser Oh, danke, hör auf Der Random ist sozialer als die Primates, ey Ja, ich block sowas auch nicht, ey Ich bin so für genug AFK, ich bin so für das hier mein Roter Alter, der macht so viel Schaden, der Jarvan Aber sein Kuh macht ja auch Base so viel Schaden schon Ja Wenn er trifft Wenn er trifft Das ist die Bedingung Alter, können wir vom Tower wegkommen, ey Warte, wir haben getroffen, Mann Oh loooi Auf geht's, Schauer OIT Ich hab doch den Mana mehr Ja, Clarity Coo Nee, ich hab aber noch von Mana Was drauf, geht los, ihr, als wir gewinnen den Fight Ihr seht das Ich hab keine Schuhe. Ich hab der Mana. ULT! Irgendwie ist keiner gestorben bei der Ult. Oh mein Gott. Ja guck, wir können uns gar nicht verlieren. Ich könnte jetzt da so in den Tower rennen und wir würden es nicht verlieren. Ich hol mir einen Frozen Heart, ne? Na, der Schenkel killst du, Mann, die Looks. Typisch Looks, ey. Hahahaha! Nein! Litzspiel! Oh mein Gott, ey! So, jetzt kommt ein Rabadons, ey. Jetzt kommt ein Rabadons, ey. Ja. Wieso flasht die? Meist du behindert? Hahahaha! Du behindert, Mann, der Cat. Los, go! Go! Macht sie platt. Ja. Nope. Danke. Los, geh doch rein! Ich war schon drin. Hab den Draven getötet. Oh, Hagazard ist ein bisschen Schisser, ey. Geh doch rein. Danke für den hier. Oh. Dafür sind Teammates da. Dafür ist dich. Ey, warum mach ich so wenig Damage? Mhm. AP Alyssa, nein. Du brauchst einen Death Cap. Ja, das ist schon eine Arbeit. Das ist doch ein Core-Item von AP Alyssa. Das ist ein Trap. Das ist ein Trap. Das ist ein Trap. Das ist ein Trap. Trap! Was geht denn da ab, ey? Die ist Clarity total unnötig. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Oh Gott. Hilfe! Ich glaube, wir verlieren das. Wohl nein. Ich könnte so in die reinrennen. Und... Moment, wo ist sie? Cut. Ich will die Cut. Dann noch mal in die rein, man. Ja, warte. Ich hol mir die Cut jetzt. Ja, jetzt geh rein. Ja, warte, bis sie näher kommt. Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Oh mein Gott. Sehr schön. Ich bin useless. Wake up. Jetzt kommt... Oh, komm! Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nein! Wieso... Wieso klappt das nicht, man? Ist das behindert hier? Ja, wie wär's mit Minions wegmachen? Auch keiner. Ja. Ich warte auf 70 Gold. Ja, wie gesagt, wir können das gar nicht verlieren. Die Kuh springt... Ja, what the fuck? Das Fleisch weg! Woll ich gar nicht. Woll ich gar nicht. Boah. Wieso denn... Wieso stehst du nicht, du Depp? Was mich denn durch erwischt, man? Du Affe! Wieso Fleisch du weg? Nee, du... Ich steig hier, weißt du und ich stand es hier. Ich bin ausgewicht und da muss so getroffen. Ich bin mitgetroffen. Ey, ist das wieder grottlich, man. Ja, wir sind gut als Team zu sehen. Ja. Aber wir können das gar nicht verlieren. Guck mal hier. Guck. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin tot. Pentaku, los! Jetzt! Peng! Ich hab doch gesagt, wir können das nicht verlieren. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Affe, ey. Ich hab alles gemacht. Ich hab alles gemacht. Ich hab alles gemacht. Oh Mann. Hier habt ihr Mana. Ja. Nein, das fressen, Mann. Ich muss... Nee, eigentlich kannst du mich nicht. Affe. Deswegen sterbe ich auch noch, oder? Ich... Ich hab alles gemacht. Ich hab alles gemacht. Ich hab alles gemacht. Das Betriebe ist vor allem der Farbe, der Schuss. Ich hab solche Senators seitdem diskutiert. Ich bin der beste Alistair, man. Ja, geil. Okay, ich kaufe mir jetzt auch ein bisschen Armor. Sonja. Ult nach hinten, Ult nach hinten. Oh lol, triple kill, triple kill. Los! Triple kill. Da schon so killst du mich wieder, habe ich schon gedacht, ey. Auch am überlegen, ey. Sie trefft ja mich da in einer... Soll ich den Tower backdown? Ich hab 300 Armor. Ey, ich hab 300 Armor. 300. Ihr folgt mir einfach und wir hauen auf den Tower. Komm. Er hat noch 1300 Leben. Komm, 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 komm. Scheiß auf Minions. Komm, 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 komm. Komm, damit rechnet sie eh nicht. Ich hab ne Shrap gefunden. Fuck, da kam ich nicht mehr hin. Ich hätte es gleich sein. Ach toll. Ja, wir haben den Tower. Du bist mit deinen 300 Armor so schnell tot. Ja, Cut hat mich zerstückelt. Ja, Focus Cut für dich sagen wir. Ja. Ich hab gleich einen Thornmail. Wow, ist voll teuer, ey. Wie viel Armor hast du da? Wie viel Armor? 400? Öff, 300. Wie ist das überhaupt 4? Du hast jetzt... Du hast doch schon Sormail. Nein, hab ich nicht. Ich hab erst in Frozen Hard und in Sunfire. Oh. Ja, komm. Das muss mal anstrengen hier jetzt. Back up. All in, all in, all in, all in, all in. Go, 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 go. Passed aiah. Oh man. All in. Ja, ich hab etwas in deiner. Hm. Uh. Oh. Schwach. Haaaah. Ja, nice. Ich hab gesagt, wir gewinnen das. Weil wir als Team zusammenspielen. Nee. Weil wir einfach das bessere Team haben. Also nicht nur, weil wir... Oh, was... Jetzt, Snazzy! Snazzy! Kein Snaz ready, man. Snaz! Der Kalis wäre fast tot. Snaz! Oh Mann, ey, das ist ein Kack, Mann, ey. Oh Gott, wir verlieren das. Ey, ohne Scheiße, können wir nicht helfen. Die Kuh heilt ja nicht mal richtig. Schnauze da. Es ist ein Trapp. Boah! Hätte der Javon blocken sollen. Ja. Oder der Exim. Ich hätte einfach gar nicht blocken sollen. Hätte sein 310 wusste. Nein. Nee, ich gebe Depp nicht rein, ich bin nicht da. Jetzt! Oh! 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 Ich habe eine Klärität. Wieso ist er erst einer von den Tod? Hier, da kommt der Panther. Ich muss mal drauf gehen, wenn ich mir draufgehe. Was ist Schwach? Du hast Angst. Wardra kill, Kuh. Bäh! Push in den Inbiter, Mann! Los! los ich glaube alles ohne Minions schaffen wir das nicht das war los es ist ok, es ist ok los jetzt fick die Cut wir beschweren die Gamer scheiß doch auf, mach die denn mit her aaaaaaah man ey aber hätte dem auch mehr wieder nicht mehr äh ich hab's hier einen einen eine Trap starten kommen der äh nicht ja mit Schwerden die jetzt okay ich mehr du es mir erst alles nähern 360 Armour soll die Läuern reichen und auch bei es wird alles in Ordnung machen aber keine Panik Pantakil cool ist gleich wieder da ich bin auch da go 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 hinterher los go Shirelia ist ganz schnell aus Shirelia nix ich hab AP Lass mir das Lass mir das Alter Lass mir ran da Sie will mir ran da Jetzt machen wir die Platte, komm Hä? Where's my team? Alter was hat der Javan für den Auftrag ey? Guck mal der macht mir gar keinen Schaden Oh ja der Flasher war All in, all in, all in T 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 To T T T Ja, cut ultisch schonmal raus 25 Sekunden Wollt ihr nicht den Tower machen? Hä, was hatten die für ne Kugel um sich gehabt? War das ein Item? Cricksilver Sash, oder? Achso, dann kommt so ne Kugel? Die Animation hab ich noch nie gesehen Ey, lass dich exekuten Sonst kommst du nicht früh genug zurück Jetzt! Schnell! Hey! Ah! Scheiße, ey, Spann Wait for me! No! No! Was, Mann? Mann oder Maus? Der hat Oh mein Gott! GG! Ja, Ari, def das mal! Viel Spaß! Aber Haga saß, wie Micha Wo ist Michi? Boah! Die Ult war ja heftig! Oh, da komm ich gern Das ist auch ne Möglichkeit Oh, die macht euch noch kalt Das war knapp, ey! Das war knapp, ey! Ey! Nein! Er retardet oder was, Mann? Der kommt mal näher an die Kuh! Uh! Wo ist Mumu? Wir fenn doch so Warte, ich bin aber ein Dauerstump, Mann! Keine Ahnung! Nice! Wir haben noch einen Typen mit 362 Armor und ne Kuh! Junge, wir gewinnen das! Ja, komm! Lass doch den Oh, der Enhibitor! Der Enhibitor! Diese Missgeburt! Ah! Fast ein Panther! Nice! Ah! Eine Mann oder eine Maus? All in! Los! All in! Los! All in! Los! All in! Nice! Du bist tot zum Tod! Heal dich! Heal dich! Die gucke ich ne Kuh! Junge! Das ist ne Skin, Junge! Das ist ne Skin! Hol die ganzen Dinger hier ein! Uh! Haben wir irgendwas geschafft? Ne, ne? Was ist denn? Beide Tower stehen noch! Hehehe! Ich hab's doch gesehen, Mann! Achso! Ich hab meinen Flash auf den Arrow gesehen! Hast du? Ja, die haben mich auf den Arrow geflasht! Du Scherzbräuber! Ja, wartet mal auf mich! Nein! Kennt ihr Spitzbuer, Markus? Like dir mal auf Facebook, bitte! Mal auf! Du bist ein Mal auf! Ich hab's doch gelb! Also hier, wenn ich die machen würde.. Ich hab 360 Amor, ey! What a bitch. Hier, gleich kommt der Dingshit. Ha, ich hab die 50 Gold. Ja, das war's.